hallo zusammen hier wie immer auf diesem kanal der raste heute habe ich mal was ganz besonderes für euch ihr seht es vielleicht schon in der perspektive wir haben hier sämtliche lkws der map zusammengetragen alle 15 beim vorbeigehen könnt ihr mal mitzählen bedanken möchte ich mich für diese ganze aktion bei grillhähnchen herbert und jonas ohne die drei hätte das ganze nicht geklappt bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen anderen hier auf dem server die diese aktion mitgetragen haben die bereit waren uns nicht die lkws hier zu klauen die wir eingesammelt haben ein schönes bild zum abschluss das war es auch schon wieder aus meine von meiner seite bis zum nächsten mal macht's gut